Haben Sie kürzlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, sich von WhatsApp abzumelden? Oder haben es möglicherweise sogar schon getan? Ja, der Messenger steht ja momentan ziemlich in der Kritik, und zwar weil der Mutterkonzern Facebook neue Datenschutzbestimmungen einführen will. In den vergangenen Tagen sind darum unzählige Nutzer zu alternativen Messenger-Diensten gewechselt, beispielsweise und vor allem auch zu Telegram, ein Messenger, der ja schon für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt hat. Es wird also dringend Zeit, diese Plattform mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Warum ist Telegram so außerordentlich beliebt? Wer steckt eigentlich hinter der Plattform? Und ist sie in Bezug auf den Datenschutz wirklich sicherer als WhatsApp? So viel sei schon mal verraten. Nein. Ins Leben gerufen wurde der Messenger Telegram im Jahre 2013, und zwar von den russischen Brüdern Nikolaj und Pavel Diorov. Unbekannt sind die beiden nicht, denn sie haben auch eine andere Plattform gegründet, nämlich V-Kontakte. Das ist sowas wie das russische Facebook-Pendant. Sowohl V-Kontakte als auch Telegram verbindet eine Gemeinsamkeit, und zwar ihre betonte Unabhängigkeit von der russischen Regierung. Die hatte schon des Öfteren versucht, den Messenger Telegram im eigenen Land zu sperren, bislang allerdings ohne Erfolg. Und auch für eine andere Sache sind V-Kontakte und Telegram bekannt, ihre laxen oder bisweilen gar nicht vorhandenen Moderationspraktiken. Bei Telegram kann man in öffentlichen Gruppen praktisch alles in die Welt hinaus posaunen, ohne dass es irgendeine Konsequenz hat. Vor einigen Jahren sorgte das mitunter dafür, dass sich plötzlich die Terrororganisation Islamischer Staat auf Telegram breitmachte und anfing, in öffentlichen Gruppen Mitglieder zu rekrutieren. Wenig später sprangen dann auch die radikalen Rechten auf den Zug auf. In zahlreichen Gruppen werden bis heute die abstrusesten Untergangsszenarien und Umsturzfantasien propagiert. Und im vergangenen Jahr kamen dann auch noch so Figuren wie Attila Hildmann oder auch Michael Wendler dazu, die diese ganzen coolen Ideen auch noch für den Mainstream kompatibel machten. Auf Telegram sind unzählige Verschwörungstheoretiker unterwegs mit teils enormen Followerzahlen. Telegram ist praktisch die einzige bekannte Social-Media-Plattform, die diese Leute völlig ohne Kontrolle die abstrusesten Dinge senden lässt. Okay, jetzt sind da sehr viele radikale Leute auf dieser Plattform aktiv, das ist die eine Sache. Aber es stellt sich ja schon die Frage, warum ist Telegram jetzt plötzlich auch bei normallos so beliebt? Nun, offenbar genießen der Messenger und seine Betreiber einen ungewöhnlichen Vertrauensvorschuss. Die Betreiber bewerben das Chatprogramm nämlich als eine sehr sichere Plattform und offenbar scheinen das viele Nutzer auch zu glauben. Zugleich spielt den Betreibern natürlich die aktuelle Situation in die Hände. Viele Leute sind unzufrieden mit WhatsApp und den neuen Datenschutzrichtlinien, viele haben Angst, dass sie ihre Daten jetzt an Facebook abwandern, und also legt man seine Daten offenbar lieber in die Hände von zwei russischen Entwicklern. Okay, aber ist das denn wirklich eine gute Idee? Ist es wirklich so, dass Telegram die sichere WhatsApp-Alternative ist? Nun, die Antwort dürfte den einen oder anderen möglicherweise überraschen, denn tatsächlich ist es so, dass WhatsApp die deutlich besseren Sicherheitsstandards zu bieten hat. Und hier müssen wir technisch mal ein kleines bisschen ins Detail gehen. WhatsApp bietet nämlich im Gegensatz zu Telegram standardmäßig eine End-zu-End-Verschlüsselung. Konkret bedeutet das Folgendes. Schreibt ein Nutzer eine Nachricht auf seinem Smartphone, wird diese verschlüsselt an seinen Chatpartner übertragen und erst auf dessen Gerät wieder entschlüsselt. Das bedeutet, die Chats selbst werden im Klartext nur auf den entsprechenden Geräten der jeweiligen Nutzer gespeichert, aber nicht auf irgendwelchen WhatsApp-Servern. Die Daten, die WhatsApp beispielsweise an Facebook oder Werbepartner weitergeben könnte, das wären eher allgemeine Informationen, also beispielsweise die Nutzungsdauer des Messengers oder der Standort, aber nicht die Chats selbst. Bei Telegram ist das ein kleines bisschen anders. Zwar gibt es auch hier eine End-zu-End-Verschlüsselung, diese muss man allerdings erstmal manuell einschalten. Geheime Chats nennt sich diese Funktion. Die normalen Chats hingegen basieren auf der sogenannten Client-Server-Verschlüsselung. Das bedeutet konkret, dass die Gespräche auf dem Telegram-Server gespeichert werden. Zwar werden sie dort ebenfalls verschlüsselt, allerdings kann niemand garantieren, dass nicht doch vielleicht irgendein windiger Telegram-Mitarbeiter darauf Zugriff haben könnte. Telegram selbst argumentiert, dass diese Lösung die deutlich bequemere für den Nutzer sei. Und das mag vielleicht auch stimmen, denn wenn man zum Beispiel sein Smartphone mal verliert oder sich ein neues kauft, dann kann man jederzeit seine Chats aus der Telegram-Cloud wieder runterladen und wiederherstellen. Aber gerade wenn wir über den Datenschutz sprechen und über einen Wechsel von WhatsApp zu Telegram wegen des Datenschutzes, dann muss man leider sagen, dass Telegram hier nicht die bessere Alternative ist. Gut, aber wenn es nicht Telegram ist, welche Alternativen gibt es denn dann? Da wäre beispielsweise dieser Messenger hier. Wire, entwickelt von einem deutsch-schweizerischen Unternehmen mit allen Sicherheitsfeatures, die man sich so wünschen könnte. Man muss hier nicht mal seine Telefonnummer angeben, wenn man sich anmelden möchte. Und der Quellcode der App ist sogar Open Source. Das heißt, jeder mit ein bisschen Fachkenntnis kann überprüfen, was die App eigentlich so im Hintergrund macht. Gleiches gilt für Threema aus der Schweiz. Auch hier gilt standardmäßig die End-zu-End-Verschlüsselung. Ebenfalls ist dieser Messenger Open Source. Und auch Signal aus den USA gilt als sehr sicheres WhatsApp-Pendant mit zwei kleinen Einschränkungen. Hier muss der Nutzer sehr wohl seine Handynummer angeben und die Server des Unternehmens stehen auch in den USA und nicht in Europa. Wer sich also ernsthaft Gedanken um seine privaten Daten macht, der ist bei diesen drei Alternativen auf jeden Fall besser aufgehoben als bei Telegram.